Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne, Milz? Mit ohne. Oh, Stefan, in einem Gießener Kino gibt's heute eine Vorstellung für Eltern mit Babys. Na dann, Brustmahlzeit. Der Film wird da leiser gezeigt und es ist auch nicht stockdunkel. Was gucken denn junge Eltern für Filme? Von Windeln verweht oder Herr der Augenringe? Einmal die Vier- und die Familienpackung Pampers Babytry 5+. Momentchen mal bitte, Stefan, ich find die Idee voll süß. Tilzschweiger-Filme sind ja für junge Väter ideal. Wieso? Endlich mal wieder durchschlafen. Also ein einzelnes Baby erreicht beim Schreien übrigens eine Lautstärke von 120 Dezibel. Im Job wird bei 85 Dezibel empfohlen, einen Gehörschutz zu tragen. Krass. Und zeig mir mal einen Schrumpfkopf, der zwei Stunden die Babyklappe hält. Der Vorführraum wird heute garantiert zum Kreischsaal. Da komm ich ja schon ins Grübeln, ob ich ein eigenes Kind will. 18 Jahre ein Wesen zu ertragen, was nur rumnüggelt, unberechenbar ist und dumme Fragen stellt, ist nicht ohne. Stimmt. Aber da muss dein Kind halt durch. Ach, macht 198 Euro, sammeln sie Milupa-Punkte, haben sie eine Alete-Card oder sind sie im Alimente-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia. Ankes Tanke in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia. Untertitelung des ZDF, 2020